Das mit der Verletzlichkeit ist richtig geil bei den Blitzen. Ich komm da werfen wir dich runter. Nur ein bisschen Geduld. Falls er denn mal kommt. Hab dich. So heftig. Ich find das cool, dass Elisabeth auch darauf reagiert. Eigentlich ziemlich cool. Oh, die haben den Fahrer gekillt. Ganz, ganz böse. Ah, haben wir hier noch was interessantes. Zeug. Lockpick. Lockpick, die Scheiße. Fertig. Am Zug kommt Stockhaus. Was sind die? Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also, nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte, ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut. Ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ich hab mir das Gefühl, dass sie nicht echt sind. Die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen. Nein. Der Subjuntiv? Das ist kein Subjuntiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben? Gehabsam sein. Die scheinen helfen zu wollen. Scheinen sie nicht alle zu haben. Ja, das hab ich mir nur noch gedacht. Well, shit. Wollen wir mal da rein ins Campstockhaus. Wer ist jetzt zu Hause? Ich auch nicht. Nicht wirklich. Moment, das haben wir gleich. Geht doch. Können wir nochmal ordentlich einkaufen. Den sollten wir auch tun. 2018, da wird garantiert was drin sein. Ich hab hier den Lockpick aufgenommen. Ich glaub, der steht ein Lockpick. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ui. Feuerhagel? Fuck yeah. Das ist interessant. Dann nehmen wir mit. Ah, das ist gleich wieder... Naja. Hm. Ich mag den Raketenwerfer mehr. Einfach so ein Salven-Ding ist das wieder. So, ich denk, wir haben hier alles soweit. Ist hier wirklich nicht. Oh yeah. Drei Picks. Kannst du das öffnen? Schau mal, was drin ist. Bitte. Irgendwelche geheimen Heftchen, von denen wir nichts wissen sollten. Kommst doch aus. 201. Cool, cool, cool. Hm. Irgendein Boost wär noch schön. Salvengeschütz arbeite ich eh nicht mit. Hm. Magazinverlösserung, Schadensboost. Schadensboost 2. Cool. Boah, wie viel? Schaden der Panzerfaust. Auch nicht verkehrt. Und Schrotflintenschaden. Oh wow. Kommt die denn her? Was zur Hölle? Fuck. Aus dem nichts. Hm. Ehrlich gesagt benutze ich davon gerade nix. Tötig oder tot? Ich will unbedingt die Shotgun wieder haben. Wir upgraden erst mal. Schaden für den Raketenwerfer. Panzerfaust. Und Shotgun. Obwohl ich die gerade nicht benutzt habe, also scheißegal. Finden bald wieder eine. D-D-D-D-D-D-D-D-D-O. Der Distriktor hört an. Ich muss jetzt jeden Fall angehoben. Jedenfall. Den Rest treibt sich. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Er stellte sich aber raus, Dovid spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. Ihr habt doch alleine eine Klatsche. Ohne Mist. Schießeisen? Hell yeah. Oh shit. Das Ding geht ab, hat aber nicht viel Munition. Ah, voll. Ach, nehmen wir einfach mal mit. Hier ist keiner. Was haben wir im Tresor? Boah. Jawohl, 170. Hm, hier waren wir grad drin. Ich glaub, der tutelt hier oben rum. Mit wem auch immer. Ich hab' die gestört. Verregt. Boah. Jo, der ist die Munge. Alles, was ich hier hab. Toll. Reiß' Ihnen den Arsch auf. Oh, das machen wir. Oh yeah. Ich glaub, die sind dabei auch drauf gegangen. Die ja so nett getanzt haben. Okay, wir sollten noch mal runtergehen. Da war noch ne Tür. Ich denke, hier geht's weiter. Oh, ich brauch' ne andere Waffe. Ich will wieder meine alte Shotgun wieder haben. Hab' ich hier nicht gerade ne Tür gesehen? What the hell? Sag' ich doch. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Ich probier's mal. Gut, dass wir so viele Lockpicks haben. Erledigt. Okay, gegen diese Viecher können wir jetzt verwenden. Einer, ne Klatsche. Böse. Na geil. Bleibt doch stehen. Keiner mag mich. Alle wollen mich nur töten. Ja, hier bin ich doch. Zeig' mal, was du drauf hast, du Idiot. Hier geblieben. What the hell? Der wurde nicht geslappt. Genau, nehmen wir, ist er drauf. Die Arme. Okay. Nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. 1 Und 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 Nein damit. Hier muss noch mehr sein. Erstmal wieder reingucken. Die beiden wieder. Ah, die sind wirklich intelligent, toll. Wieder Toiletten. Ich wollte schon sagen, wir können uns garantiert nicht anmachen, oder? Oh yeah. Her damit. Du du du. Du 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 du. Okay. Soll mir reichen. Gehen wir weiter hoch. Oh jei jei. Bin mal gespannt, was wir noch finden werden. Das ist garantiert nicht so lustig. Ja, verstörend. Na, wer will denn boh auf den Sack? Ach klar, der sieht uns direkt. Boah, ich kann dir nicht in den Rücken fallen. Wie das damit. Yes. Gefahrenzuschlag. Na, na, na. Shit, meine Waffe ist einfach scheiße im Moment. Ne damit. Hier, bitte. Gut. Nehmen wir den Gatling an. Elisabeth? Wo bist du? Irgendein Pistar hat hier nur geschossen. Da, 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 da. Ah. In den Arsch. Gut geführt's. What the fuck? Böse. Kopf einfach Platz. Wot du? Da hinten. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Oh doch, das gibt es. Immer. Oh, Feuer. Und Platz. Boah. Fucking viel Schaden. Oh, son, idiot. Oh, son, idiot. Kann hier auch. Okay. Wollen wir den Waffen sucken? Nehmen wir das Ding. Voll. Immer, glaube ich, die Bienen Platz. heated,